Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Monsters Und bevor wir die Zombies die Türe eintreten, sind sie auch schon verschwunden Hallo? Gut, jetzt haben wir wieder alles ok Hier haben wir die üblichen Grafik-Bugs Ähm, ja Ich seh mal wieder meine Liste nicht Genau Letzte Huh, genau Letzte Stunde haben wir diese Oh, tut mir leid, aber kurz Und sich mal, äh So, letzte Stunde haben wir Diese schöne Scuba Armor hergestellt Die wir gerade anhaben Die uns so aussehen lässt Wie ein alter Seebär oder ein alter Opa mit Schnäuzer Die wollen wir aber jetzt nicht mehr länger anhaben Hallo? Wie ging das nochmal? Ah So Jetzt haben wir unser typisches Aussehen wieder Nanospace Mr. Nanospace So Hatten wir hier irgendwo schon was Neues gemacht? Für irgendwas, was wir machen wollten Äh, Magma Cream hatten wir Wo hatten wir Magma Cream Ich Tun suchen Magma Cream Okay Okay Da Stimmt, wir haben ja das ganze Diei gehabt Was wir nicht wegbekommen haben Ich würde sagen, das wird alles mal Schön In einen Ofen gesteckt Nein Boah, war das knapp Ähm Pink dye Nein Kein Lapislazuli Lapislazuli brauchen wir auch Aber das 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 sollte ich lieber nicht verbrennen Das brauchen wir vielleicht irgendwann mal So Black trees Ach dumm, dass man das nicht alles stapeln kann Egal So Ich wollte mir jetzt erstmal meine Plastik Sachen holen Ich möchte nämlich die Needled Gun herstellen Dazu brauchen wir Blaze Powder und Slime Powder Cola Seed Aptide Boah, wir haben hier noch so viel Scheiß Den braucht man alles nicht Hm Das ist auf jeden Fall schon mal weg Der kann hier rüber Und wir sind inzwischen schon bei 83% Ja Das kann auch was dauern, bis wir An dem gewünschten Teil sind So Wir brauchen einen Needled Gun Ähm I I I I Äh Do Da Needled Gun Die macht man aus Magma Cream und aus Plastik Und Plastik macht man aus Raw Plastik und Plastik Und aus Hä Aus Rubber plus Okay Das bedeutet, wir brauchen 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 8 Stücke Plastik Wart mal, 8 Stücke Plastik brauchen wir Das bedeutet, wir brauchen 4 Rubber plus 4 Mikleit Irgendwas Zack Gut Gut, das können wir uns ja Äh, holen Dieses Mietelite Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird Um ehrlich zu sein Tschung So Wo ist Da ist das Rubber 2, 3, 4 Und Da ist das Mietelite Hier Aloe Plastik Raw Plastik Smelting Redstone Redstone Furance Aloe Smelter Habe ich vielleicht wieder was falsch gemacht Oder Nein Das wollte ich eigentlich nicht Suche ich mal wieder im Internet Was ich natürlich nicht machen kann Ähhhhh Ja, natürlich Scheiße Ähm Super Hallo und herzlich willkommen Zum vierten Teil Nein, 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 das will ich gar nicht Das will ich gar nicht Das will ich gar nicht Ich möchte, äh Das haben Tut ihm mir leid, wenn ihr jetzt wieder nichts sehen könnt Aber ich möchte unbedingt diese dumme Needle Gun herstellen Und das mache ich mit, äh Wie hieß das nochmal Raw Plastik Okay Nein, Plastik Da Raw Plastik Wie macht man das Aus Rababa Hä Also man macht das in den Furance Okay Wenn ich das jetzt Hier reinstecke Was kommt dann dabei raus Raw Plastik Super Äh, wir brauchen Acht Yeah, jetzt kann ich wieder rechnen Acht Äh, ich hab keine Ahnung Zweiunddreißig Einunddreißig Nur noch Okay Wie viel haben wir noch davon Jetzt haben wir schon mal zwölf Hier haben wir keinen Rubber mehr Schade Was sagt denn Was sagt denn Unser Baum Oder unsere Bäume draußen Das wäre jetzt eine schöne Frage Lass uns so rausgehen Und ein bisschen an den Bäumen Rum Fummeln Da haben wir noch was bekommen Hier haben wir überhaupt nichts Hier haben wir noch was Das sind jetzt sieben Ich glaub das müsste schon mal reichen Neun Ja, neun müsste reichen Super Oh, was willst du Zombie Ups Sieht gut aus So Hier, komm Nein Kein Slimeball Kein Slimeball Boah Wieso mach ich immer nur so einen Scheiß Wieso mach ich das So Raw Plastik Erstmal das Zeug Das Zeug Schmelzen Und das Ja, ist schon Geschmelzen Super Ähm Ne Hier kommen die Teile rein Komm Weiter Chunkloader Arbeitet schön Das arbeitet schön Hier kann ich ein bisschen was Für meine Wunderschöne Für meinen wunderschönen Helm Abzapfen Hoffe ich mal Dass das klappt Ja Der Helm ist voll Super Kommt da noch was rein Ja Ich brauche etwas Von Etwas viel Strom Muss ich sagen Ich habe auch mein ganzes Teil hier auf Strom aufgebaut Ich glaube das ist Mittelmäßig klug gewesen Vor allen Dingen Weil Ich glaube das mit dem Strom lohnt sich halt Wenn man einen Server hat Und der die ganze Zeit auf ist Und ich habe keinen Server Also habe ich halt nur den Strom der Produziert wird Äh Dann hätte ich Oh Ich brauche 32 Stellen Das müsste richtig sein So Lass das Ding laufen Jetzt verbraucht das auch schon 8 Das geht schnell So Light Blue Dice So rum Zack Oh jetzt sind die schon bei 90% Also Sobald man da ein bisschen Ähm Mit Zeug dran geht Dann geht das richtig schnell So hier brauchen wir noch 2 Was Äh Schon schön ist Dann habe ich gleich mein erstes Yu Yu Meta Super Ähm Ja Was kann ich denn schon mal machen Ich kann mir Äh Iron Ingot Gunpowder Redstone Gold Glass Plastik Sheets Und Stick Gut Haben wir irgendwo vielleicht noch Gunpowder Das ist jetzt die nächste Frage Da Zwei Stück war das Oder Gunpowder Ja So Dann fehlt noch Hus 如果 Ich 來 ional Vielen Dank.